Und heute schauen wir mal hier rein. Los geht's. Da kommt schon mal eine Hand. 7 mal 2. Kaputt. Auch kaputt. Oder wenn der User ist noch hier plautot wie ich den er sofort alles hakt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir schauen uns mal hier 10 Vollspieler an, auf geht's! 20 zieht er uns ran! Na, noch eine Runde, komm! Achtung! Action Games mit bei! Und eins im Obst! Da gibt es noch eine Wunder! Wunder! Und die Nummer 20 bleibt dabei! Und hier kommt mal eine Runde rein! 4 Euro Einsatz! Da sind wir doch mal gespannt wie ein Flitzebogen! Ach nicht doch! Die 10! Muss doch nicht sein! Die 10! Die 10! Woa, isch jetzt! Ist ja übel! Oh, jetzt wenigstens fünf, komm, natürlich nicht und hier mal zehn Freispiele, ein Euro Einsatz, ein A bringt er uns. Kein Vollbildchen, hier heute nicht und heute gibt es mal hier Freispiele, ein Euro Einsatz, ein Euro Einsatz. Oh, das war ja mal wieder ganz schön schwach hier. Und heute drehen wir mal jede Runde. So, C-Linia und 20-Los. Das stimmt ja auch nicht. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu.